willkommen zu einer weiteren ausgabe wissenswertes aus der woche wir haben ein bisschen was vor uns deswegen würde ich sagen wir starten einmal direkt rein mit dem check einmal was wir alles hier auf unserer startseite wieder mal haben pack beschwörung werde ich wahrscheinlich nichts mehr machen wir machen auch in diesem video noch die letzten münzen bei der packt um bei dem stücksturm packt werde ich aber definitiv nicht mehr irgendwie was kaufen was haben wir hier okay das wäre mein fehlender wappenrock ist ja nein eigentlich auch nicht das was tatsächlich das problem ist sind nicht diese fünf sterne äther sondern die vier sterne wenn man mal guckt das kann ich ja mal eben zeigen geht mir mal eben hier ein lilanen zum mal ein lilanen eben schnell zum zum breaken hier ich meine ja okay die kriege ich aber relativ leicht sage ich jetzt mal aber diese hier die sind richtig schwer zu kriegen aber ich krieg sie halt irgendwie nie lila sowieso schlimm eigentlich ja dementsprechend problem problem ist halt hier er ist ein ganz großes problem man hat die limit breaker gesehen und man sieht halt hier auch den wappenrock also bei ihm fehlt vorne und hinten überall an allem aber ich will ihn zumindest auf 370 bringen und dann sehe ich halt weiter parallel mache ich gerade hier habe ich angefangen hier das kostüm das ist jetzt der nächste in gelb der dann gemacht wird na da muss man halt tatsächlich überlegen ob ich nicht in zweiten leoni das mache und dass ich dann meinen mit kostümen wieder habe je nachdem wie er also wie praktisch er aussieht wenn ich den weg von ihm gegangen bin beim emblemieren wenn er dann immer noch okay ist dann gut dann ist das so aber im moment macht er sogar mehr spaß zusammen mit topaz als ich mir jetzt bei ihm vorstellen könnte also eventuell muss ich da tatsächlich doch noch einen zweiten machen das weiß ich noch nicht ja das angebot weiß ich nicht das mache ich eher selten wenn ich ehrlich bin valentinstag ja da war das gestern deutlich besser ich bin auch ehrlich ich habe das zweimal gekauft gestern deswegen habe ich auch gerade hier wieder ein bisschen luft bei der helden kapazität ja also das waren ja diese diese fünf plätze das konnte man zweimal kaufen habe ich zweimal gemacht weil wegen plätze okay ja das für alles eine beschwörung man weiß nicht warum brauche ich nicht an was nicht gut das waren die sachen das haben wir hier schon fertig den weg der tapferkeit da sieht man sticksturm den muss ich noch machen ich bin jetzt aktuell etage 16 ja also noch 10 level dann sind wir durch wenn ich es zeitlich schaffe ich versuche es zeitlich zu schaffen ja dann also ich nehme so oder so die letzten zwei stufen auf ich weiß nur nicht tatsächlich ob ich das heute schaffe kann sein dass das video dann morgen rauskommt ja aber wir haben ja den sticksturm schon mal gemacht die die helden sind womöglich in takken wenn dann nur besser geworden seitdem dass ich da jetzt andere mitnehmer vom prinzip her ich spiele zeit einfach nur durch und versucht zu überleben na also es ist jetzt nichts was gravierend wichtig ist für leute damit sie es durchspielen können hier geht es halt wirklich darum du musst vom richtigen von der richtigen klasse die richtigen helden haben und dann paar items mitnehmen können ja mal eben einmal ganz kurz das kann ich ja mal eben zeigen nur schon mal so was ich für segen mitgenommen habe auch wenn es jetzt für die meisten sowieso zu spät ist verringerung des schadens verteidigung angriff mana alle fünf züge alle helden 3 erhalten jedes mal drei prozent mana wenn ein held eine spezialfähigkeit wirkt damit das alles eventuellen takken schneller geht sondern und stapel fünf prozent verteidigung nach jedem zug also 50 prozent verteidigung hier nochmal 15 drauf trotzdem machen die macht erebus zum beispiel 1600 schaden bei einem von mir also hat das haut schon rein überheilung ist da essentiell wichtig sonst geht da gar nichts irgendwie ne und das sind im endeffekt die items die ich seit seit level 1 dabei habe und mit denen mache ich das eigentlich also hier um die flüche abzuwenden und die masken hier um eventuell im schlimmsten fall mal die die bosse kurz auf eis zu legen und dann versuche ich es damit und das war übrigens das team für die letzten fünf level ne da sieht man es noch mal okay also da sieht es aktuell so aus die haben wir abgeschlossen das ist hier nicht so wichtig okay dann hier ja season 5 hat sich nichts getan ist immer noch durch mission habe ich immer noch keine neuen das haben wir hier was ist da okay das brauchen wir gar nicht dass das normale turnierangebot und hier ja habe ich noch nichts gekauft da kann es sein dass ich da eventuell noch was mache aber das weiß ich halt noch nicht ja deswegen kann es sein dass ich eventuell offline noch die münzen raushaue falls ich mich dazu entscheide dieses angebot zu kaufen ich mich dazu entscheide wird man es ja logischerweise auch morgen anhand meines juwelen stand sehen ja ihr seid ja schlau wir erachtet ja auch solche sachen also kann sein dass wenn dann da irgendwas noch bei rumkommen sollte dann werde ich es mitteilen logischerweise oder werden wir morgen dann sehen aber so ist jetzt erstmal überhaupt nichts weiter geplant weil ich habe ja aktuell noch die münzen ja das waren ja die die valentins angebote die dann auch reingeprasselt sind genauso wie hier das machen wir gleich noch wir gucken erst mal bei den alka charts und bei im turnier wir gehen auch gleich ins forum rein ja also ich habe diesmal screenshots nicht dass wir es im forum wieder lesen also es wird keine unterbrechung geben diesmal gucken wir uns das alles anhand von screenshots an was sich da alles getan hat und dann werden wir auch sehen da wurde ich mich auch noch gefragt was es mit dem museum auf sich hat na also unter anderem museum panther miriam nerf und so weiter wir gucken uns da das alles gleich einmal an im schnelldurchlauf sozusagen das haben wir gut wappenrock wäre schön ich kann mir nicht vorstellen dass ich ringe beabsichtigt hatte vielleicht kriegen wir hier ein wappenrock raus 329 oh man ich musste übrigens rasselkop die embleme wegnehmen um die topas zu geben rasselkop habe ich ja irgendwie gar nicht genutzt ne das habe ich immer gedacht so im rush und sowas aber habe ich dann doch irgendwie nie eingesetzt deswegen hat sie jetzt mittlerweile keine embleme mehr aber dafür halt zweite topas so die sammeln wir hier weiter das ist ja ganz entspannt hier das läuft bald aus und dann gucken wir mal was wir da als nächstes machen äh truppen brauche ich ja jetzt erstmal erstmal nicht mehr unbedingt man könnte das noch weiterlaufen lassen aber also nicht gut das war erstmal nichts was alka charts angeht dann gehen wir mal zum turnier bevor wir dann zu den beschwörungen kommen 3 sterne sturmangriff lila gesperrt jetzt wird es interessant lila gesperrt keine tree evil so mhm da ich jetzt vorher nicht geguckt habe letztes mal sturmangriff lass mich überlegen das waren helden wie fass zum beispiel weißt du was den stelle ich jetzt mal als tank jetzt probieren wir das mal rot ist zwar da aber ich werde mal mit fass als tank gehen dann dann gehe ich mit ihr weil das hat mich nämlich beim letzten rush das weiß ich noch extrem genervt dass ich mit quasi hier reingegangen bin aber dadurch das fass ausgelöst hat und die immunität hatte konnte ich sie nicht daran hindern minions zu machen oder diese eulen zu machen deswegen lassen wir das mal so oh nein oh nein so machen wir das juckerhain würde ich tatsächlich auch mitnehmen um strauchbär und fass eventuell ein bisschen zu neutralisieren und dann noch einen für außen da könnte man nicht überlegen ob man bauchhahn mitnimmt aber der außen ist halt ein bisschen doof ne ich hatte gerade kurz überlegt ob ich ähm einfach rekette rein stellen soll nochmal zusätzlich als heilung oder sie hier sie ist natürlich auch nicht schlecht 260 schaden bei allen dann müsste ich das aber tauschen dass sie da ist und celly da weil wenn sie irgendeinen raushauen sollte dann geht celly halt nicht durch alle durch weißt du so und jetzt haben wir nämlich das problem wenn ich das jetzt so spielen sollte wie gehe ich jetzt als als angreifer da rein er hat es ist es ist ein grüner tank man würde ich jetzt sagen okay ich nehme rot aber es sind auch zwei blaue flanken auch nicht so geil die willst du auch nicht dass die unbedingt auslösen wenn du mit grün gehst läufst du gefahr dass du fass nicht weg kriegst was auch nicht so geil ist wir haben überall die angriffstruppen wobei hier würde ich tatsächlich mal sagen gehen wir mal auf die defensiv truppe bei dawn machen wir das auch er kann angriff haben du kannst angriff haben du kriegst angriff und nicht defensive aber dann würde ich das erstmal so lassen ja das war so was wird da schon man könnte natürlich jetzt genau überlegen rekette da hinzustellen das wäre jetzt die defensive variante um halt einfach nur maximal nervig zu sein weil ich habe lieber doch ein bisschen mehr damage zumal er jetzt auch dafür da ist die boni zu entfernen und den strauchbeeren auch ein bisschen rauszunehmen ich bleibt so wie gesagt wer verbesserungen hat ich werde natürlich noch mal mit dem letzten rush video einmal kurz abchecken was wir da so für defensiven hatten schwebel war jetzt da natürlich dann erlaubt hier in dem fall jetzt nicht aber das wäre jetzt halt mal so eine konstellation wo man dann noch mal gucken könnte welche helden da häufig häufig drin waren ja würde ich auch den leuten empfehlen einfach mal in der playlist die besten turnier defensiven wer da noch nicht mal noch nicht geguckt hat kann da mal gucken da hatten wir ja schon ein drei sterne rush da war three evil dabei aber da haben wir halt gesehen was so die top leute aufgestellt haben da ist es jetzt erstmal so meins was ich woran ich mich erinnere ungefähr was ich denke was könnte gut sein ich werde es aber auch noch mal abchecken mit dem dafür habe ich es ja gemacht das ist ja auch eine erinnerung für mich was da alles passiert ist was die leute aufgestellt haben und da werde ich dann auch noch mal gucken ok hier ist jetzt gerade wieder ein geschenk reingetrudelt vielen dank dafür dann beschwören wir und dann gehen wir ins forum und gucken mal was da alles so abgeht und natürlich auch noch was ich an loot gekriegt habe so damit fangen wir an ok zwei sterne hält kann ja schon mal manche machen das was ist das ein ein sterne hält oder eine ein sterne truppe ich habe jetzt ein zwei sterne mal gucken ob das damit auch funktioniert ähm machen wir die pakt zuerst auf gehts ich bin offen für alles für jeden vorgestellten weil wirklich es sind sechs vorgestellte und ich bin bei jedem nicht abgeneigt also das so sowas hatte ich auch schon selten sehr sehr selten dass alle vorgestellten interessant waren aber wenn ich mir das hier alle so angucke ist das noch nicht wirklich gut der erste vier sterne sonst ich hätte wenn dann gerne die lila vier sterne wenn du mir schon die keine fünf sterne gibts dann gib mir ja nicht weiblich vier sterne lila aber ich meinte den den packthelden nicht den season 1 helden yes sir das ist geil das ist sehr geil ähm ein kandidat den ich schon immer haben wollte ich wollte ihn schon immer haben und ich habe ihn nie gekriegt ja das das ist geil auch auch wenn manche jetzt sagen warum freust du dich den wollte ich von Tag 1 als das Portal da war und ich habe ihn nie gekriegt ich habe ihn nie gekriegt jetzt habe ich meine zweite Majana und jetzt kann ich ihn machen und er geht nämlich auf 3 auf 3 macht der gleichen Schaden ja 180 ist jetzt nicht so viel aber wenn die viel Mana haben bis zu 300 mit dem elementaren Defense Down von Majana ist das schon ganz nice er kann ausweichen ja geil ach Junge geil 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 er kam so unverhofft ja sehr schön der ist der ist der ist der ist cool ist zwar ein alter Held aber der macht mir extrem viel Freude oder wird mir extrem viel Freude machen glaube ich vor allem bei Rot bin ich sowieso schlecht was ähm Hilden auf mehrere geht deswegen ist das eigentlich echt echt gut das ist echt schön also ich glaube das ist einer von denen die nicht vorgestellt sind die mir am meisten Spaß machen hm er kam halt aus dem Nichts so zwischen den 3 Sterne kam er ja ist doch auch mal gut mit dem ah ja nochmal ja gut okay also kann mich nicht beschweren 14 Beschwörungen 2 Fünfer ok ist in Ordnung ist in Ordnung bin ich äh vollkommen zufrieden Trainerhelden auch extrem gut kein 1 Sterne alles 2 Sterne Respekt also da hast du meine Aufmerksamkeit jetzt gekriegt Portal ne auch wenn ich äh wenn ich wenn es ein bisschen schade ist dass ich vor allem auch ihn nicht gekriegt habe ich traue ich dass ihn 3 Sterne nicht gekriegt habe ne schade dass es keiner von den Vorgestellten ist aber ich würde mal einfach behaupten von denen die jetzt hier noch so drin sind ist er eigentlich einer von den Kandidaten die extrem gut sind genau er geht ja noch hoch ne das war ja grad Special 1 von 8 215 bei 3 bis zu 335 geil also wie gesagt wenn man sich mal ähm wir können ja mal eben gucken pass mal auf pass mal auf meine meine roten ja da kann ich hier nach Farbe sortieren nach Element so pass mal auf so wir haben hier die 3 na wir müssen es geht jetzt um Helden die ich gut mit Mayanna kopieren kann also Mayanna Kostüm ja hier nur Ruby so ok das müssen wir mal eben hier Lila weghauen Gelb hauen wir auch weg das ist jetzt rot ganz unten ach rot das ist die letzte Farbe du glaubst es wäre nicht ne so jetzt nochmal 2 Renault Mayanna so Kagan langsam passt nicht unbedingt ja dann geht schon los dann habe ich nur noch Aris und dann sind es 4 Sterne alles 4 Sterne Tür ne der Franzose auch nicht macht keinen direkten Schaden Simkita macht nur einen läppischen Schaden so Asla zu langsam Rasul Heiler brauche ich nicht Elena auch langsam und hier sind schon die 3 Sterne so wo soll ich da was machen ne so und dann ist halt die Sache gut wir haben jetzt hier Dmonerzelden aber geht halt auch nur auf 1 ich will ja einen der auf 3 geht so Zenobia geht auf die 2 außen bringt mir bei Mayanna auch nicht weil sie maximal dann halt nur eintrifft wenn ich nach außen rieße ne Tahir ok ist Sniper so der einzige ist Asterius so Asterius oder und Zagrok eventuell noch aber 395 und geringen Schaden bei den nebenstehenden wäre noch ne Überlegung ja Russell fügt nur einem Schaden zu dann hört es auch schon so auf Mitsuko man wird jetzt sehen wohin die Reise geht mit ob Miriam jetzt raus geht und ein neuer ein anderer blauer irgendwie reinkommt aber wäre noch könnte man noch mit Mayanna so ein bisschen kombinieren ja ginge noch und dann der Weihnachtsmann ist zu langsam Lady Loki gibt allen Gegnern 117 das ist halt nicht das gelbe vom Ei ne sondern dann Kestrel und das war es dann schon oder eine zweite oder eine dritte Mayanna so das heißt ich habe als Auswahl Kestrel Kestrel den ich immer schon haben wollte Asterius den ich sehr geil finde das ist jetzt extrem schwer also hier würde ich dann doch Asterius tatsächlich nehmen aufgrund des aufgrund des des höheren Schadens ne und ja Sagrock die sehe ich nicht also die nächsten roten Asterius und ähm äh Dingens Kestrel also wenn wir den roten Dully hier oben fertig haben den vier Sterne Asiaten dann kommen die kommen die Freunde da rein dann geht's rund aber wenn er fertig ist bei dem wollte ich halt auch machen nur wenn ich jetzt wenn ich jetzt den Fünfer wieder reinpacke dann vergesse ich ihn wieder und na ich muss ja irgendwann auch mal ähm zwischendurch ein paar wieder machen wo ich mal ich auch nicht nur im Krieg nutzen kann sondern halt auch hier ich hab ja gute Kriegsteams es ist ja nicht so dass die jetzt schlecht sind ne deswegen kann ich da mir auch mal leisten das zu machen okay also das war sehr schön Kestrel hilft mir auf jeden Fall weiter und jetzt gucken wir mal nochmal das ist ein Zeichen ich sag dir das ist ein Zeichen wenn das kein Zeichen ist weiß ich auch nicht Nemesis in schwarz also ne Nemesis würde ich nehmen die haben wir ja schon gekriegt würde ich aber noch eine nehmen er ist halt noch so mein Favorit ne also noch ein roter das ist ja eigentlich der den ich ursprünglich mit Majanda zusammenspielen wollte gut er ist natürlich auch mega gut ein dicker fetter Sniper auch nochmal nehmen wir ne also ihn habe ich ihn habe ich ihn habe ich ihn habe ich jetzt auch neuerdings haben wir ja gesehen ihn habe ich und dann geht es los Erebus Charon Hypnos Thanatos Thanatos brauche ich glaube ich nicht unbedingt also wenn es um 5 war ist alle außer Thanatos so den Rest nehme ich nehme ich jeden optimalfall ja jetzt weiß ich natürlich nicht ne nehme ich jetzt wenn ich jetzt Hypnos kriege dann weine ich echt glaube ich dann habe ich zu krasse rote dann kann ich 50.000 rote Helden leveln würde zu meinem Glück eigentlich passen weil wenn wenn ich mich wenn ich mich dazu entschließe irgendeine Helden zu machen dann kommt auf einmal kriege ich ganz viele Helden von dieser Farbe das ist in lila jetzt gewesen und in rot wird es jetzt gerade auch nicht einfacher ich war eigentlich fest dazu entschlossen Asterius zu machen dann habe ich eine zweite Majanda gemacht um mir ein zweites Team aufzubauen in rot ja und jetzt ist halt Kestrel dazu gekommen wie gesagt Alltime Favorite ja genauso wie Lady Locke beide von Anfang an geil nie gekriegt auch wenn sie womöglich nicht mehr zeitgemäß sind das ist mir sowas von scheiß egal ich würde einfach mit denen spielen weißt du aber ich glaube die eingefärbte eingefärbte Nemesis nix gott ja jo was das denn ja eine neue nächste Domitia jetzt spielen wir jetzt werden sehen was der Panthernerv gebracht hat jetzt kommen die ganzen Domitias raus Problem Wappenrock Wappenrock Problem ah Junge also ich kann mich nicht beschweren bei dem Portal das läuft ziemlich gut ich brauche sein Kostüm ich brauche echt sein Kostüm aber warum aber warum sind es denn Season 1 2 Season 1 5er warum warum Spiel ah ok gut das haben wir auch ja ich will einmal ganz kurz wir gucken uns einmal hier den Pandan wir gehen jetzt ins äh ins Forum rein ne also gleich sofort so minus 54 Verteidigung jetzt will ich nochmal einmal was zeigen geht ja auf alle wissen wir ja so hier minus 60 da halt das mal im Hinterkopf minus 60 ja das Problem ist mhm es geht auf 3 und kann im schlimmsten Fall auch auf 2 gehen wenn es in der Defensive ist ne dass sie nur die beiden Außenstehenden trifft werden wir jetzt gleich sehen der Panthernerv was der gemacht hat und dann kann man tatsächlich überlegen ist Domitia im zweifachen Kostüm wenn möglich offensiv ne gute Sache lassen wir uns gleich mal angucken aber ich wollte nur dass man das mal im Hinterkopf behält ne gut ok gehen wir mal erstmal gucken was ich gekriegt habe ist nicht viel deswegen können wir das mal eben ganz kurz abhaken das war mystische Vision man sieht waren vom Handy aus ne weil ich da dann äh die Screenshots gemacht habe auf Englisch und dann das Turnier Rang 2062 mit diesen Belohnungen ich muss ganz ehrlich sagen ich habe mich sogar gefreut dass da ein lila 4 Sterne Schatten E dabei war ja also habe ich ja gerade schon gezeigt die kriege ich extrem selten immerhin etwas 100 Embleme ähm ähm 19.001 bei 2 Niederlagen wir waren ja 23 zu 2 ähm Defensive war am Ende bei C meine ich wenn ich mich richtig erinnere also ist okay ist okay ja eine Heldenmünze noch dazu die ähm ist dann für die Valentinstag Helden ist in Ordnung ja schlimmer wäre es gewesen wenn wenn da nichts bei rumgekommen wäre also wenn wir da 2-3 Sterne Äther gekriegt hätten also okay dann gucken wir uns an was abgeht so hier haben wir Miriam und Panther auf Englisch ich werde es übersetzen ja also die bei Miriam wenn wir da anfangen die äh das äh Blue Kitten Minion Health Recovery per Turn das wurde erhöht also wenn wir mal eben warte mal wenn das ja nochmal eben einmal dann hier ich mach mal Miriam eben auf dann können wir uns das angucken dann haben wir es auch im Endeffekt bei ihr hier auf Deutsch warte mal lass mich das mal eben so machen ähm wir machen das mal eben weg der blaue Kätzchen Lakai erbt 40% Lebenspunkt und 20% Angriff der Lakai stellt am Ende jedes Zuges 15% Leben für seinen Besitzer wieder her ne und das ist im Endeffekt das diese 15% wurden jetzt hoch gemacht auf 22 dann wurde aber der Minion schlechter gemacht er kriegt jetzt nicht mehr 40% Lebenspunkte sondern nur 30 und dafür wurde der Angriff höher gemacht von 20 auf 30 ok ja nicht mehr so ein dicker Minion schade so und dann haben wir jetzt hier ähm Attack Boost plus 45 und 20% ähm Erhöhung für jeden Einkommenden lag praktisch und das wurde jetzt geändert auf plus 50% einfach also der Attack Boost wurde gemindert die Autotecks machen jetzt nicht so viel mehr Schaden sag ich ist auch noch ok eventuell ja aber das was jetzt was sie halt jetzt extrem schlecht macht boosted health of the special skill removed removed weggenommen das heißt es gibt keine Überheilung mehr und das war ja das was sie extrem gut gemacht hat dieser dicke Minion mit der Überheilung ja der erhöhte Angriff das war noch ein netter Nebeneffekt aber das war das Kernelement eines Tanks und dieses Kernelement eins davon ist jetzt halt extrem runtergenommen worden und der Minion geschwächt worden so das ist jetzt so das Problem ähm dass wir jetzt da halt einen Helden haben der keine Überheilung mehr macht der einen geschwächten Minion hat und ähm ja ich sag mal in seinem in seinem attack boost auch ein bisschen beschnitten worden ist also diese 50% ist immer noch gut aber nicht äh vergleichbar mit dem was wir jetzt vorher hatten ne deswegen geht es jetzt halt los ähm wir wir hauen den weg wir also nicht nicht wir hunting sondern generell community mäßig ne was kann man jetzt machen Miriam wird sich jetzt verabschieden so und dann ist das ja noch in Kombination mit dem Panther wie oft haben wir gesehen Miriam Doppel Panther so und jetzt sehen wir deswegen habe ich gerade auch Domitia gezeigt der kostümierte Panther direkter Schaden 280 auf 285 aber jetzt kommt's Elementarer Defense Down von minus 54 jetzt nur noch auf minus 34 das heißt das Doppel Panther Team was ich gemacht habe also was ein Gegner komplett rausgenommen hat schafft das jetzt nicht mehr und da kommt jetzt eventuell eine Domitia ins Spiel oder auch ein Sergej Sergej warte mal den zeige ich auch nochmal ich suche ihn gerade keine Panik ich weiß dass man es aktuell nicht sieht was ich mache äh wo ist er Sergej da ist er warte hier es ist nur ähm Special 1 von 8 minus 40 gegen Schatten wenn man das wenn der bei 8 von 8 ist ist der minus 54 ja also wer jetzt sagt ja mit meinem Panther ne dem kann ich nicht mehr in die Augen blicken tut mir so sehr leid dann ähm sind Domitia und Sergej jetzt Alternativen um diesen hohen Defense Down zu kriegen Sergej macht nur den Defense Down da muss man natürlich dann ähm was dahinter haben also theoretisch Sergej und ein Panther dann hat man diesen minus 54 Prozent und dann ballert der Panther auf die minus 54 oder man macht jetzt zum Beispiel was auch ginge ähm ein Sergej ein Panther und eine Domitia Kostüm dann hast du minus 54 der Panther ballert auf die minus 54 auf alle und dann macht er diese minus 54 zu minus 34 weil sein elementarer Defense Down überschreibt und dann machst du nochmal Domitia hinterher auf 3 wenn die überleben dann haben sie wieder minus 54 du kannst es halt nicht mehr so geil machen aber um jetzt sag ich mal diese minus 54 zu haben ne diesen hohen elementaren Defense Down das wäre so eine Möglichkeit wie man es da machen könnte oder man spielt halt einfach die beiden Panther weiter also das wird sich womöglich ein bisschen was ändern in der Defensive dass die Panther da jetzt die sind zwar immer noch gut mit einem Attack Boost und beide lösen dann aus das wird immer noch extrem weh tun aber es wird nicht mehr so krass sein dass du danach tot bist das heißt gut für denjenigen der offensiv angreift überrascht es mich nein es ist ja mittlerweile ein Geschäftsmodell geworden Helden rauszubringen die extrem stark sind und die dann einfach im Nachgang zu nerven wenn sie alle haben so ich sag dir jetzt auch schon ich bin sehr überrascht dass Anne noch nichts abgekriegt hat aber ich bin felsenfest davon überzeugt sobald dieses Event kommt wo Jove und Fortuna drin sind kurz danach je nachdem wie die anderen auch rauskommen dann da wird Jove auch einen abkriegen weil alle wollen dann Jove haben alle wollen dann Jove haben weil er jetzt so overpowered ist und kurz danach wird dann da auch was passieren deswegen auch hier nochmal mein Appell keinem Helden hinterherjagen wirklich nicht macht es nicht wenn der Held zu stark erscheint und ihr kriegt ihn durch eure normalen Beschwörungen die ihr sowieso machen wollt sagen wir jetzt einfach mal du machst immer eine 10er pro Portal so wenn du diesen neuen krassen Helden kriegst dann freu dich dann level den und spiel ihn so lange wie du kannst aber mach es nicht dass du dann sagst jo ähm ich mach zwar jeden jedes Portal eine 10er aber in dem Portal muss ich jetzt so lange beschwören bis ich diesen Helden kriege mach das nicht der größte Fehler den du machen kannst du siehst was immer kommt wenn du die Helden kriegst ist gut aber es lohnt sich nicht mehr einem Helden hinterher zu jagen es macht keinen Sinn bis du den Helden gelevelt hast wenn du nicht jemand bist der so lange beschwört dass er dann mit den beschwörten Helden einen Helden komplett machen kann ja das ist ja der Trick dabei viele die halt die Helden sofort haben die beschwören halt so viel dass sie mit den beschwörten Helden den speziellen beschwörten Helden direkt leveln können hört sich unglaublich an ist aber so und da ist halt die Sache mach das mach nicht so viele Beschwörungen für einen gezielten Helden in der Regel wie gesagt du kriegst ihn nicht fertig bevor der nächste krasser Held kommt das ist ja auch so ein Ding da schaden sie sich ja auch selber mit dass sie so viele Helden rausbringen das ist überhaupt nicht mehr relevant was da vor zwei Wochen war gefühlt weiß ich nicht also deswegen das ist A der Grund dass du gar nicht hinterher kommst mit dem Leveln ich bin vielleicht jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel weil ich halt auch regelmäßig beschwöre aber ich hab halt auch immer mal wieder dann einen Fünfer dann fertig bei manchen dauert es halt noch länger und B nicht hinterherjagen weil wenn der wirklich so gut ist dass du es kaum glauben kannst dann ist es nicht von Dauer wir haben es jetzt hier wieder gesehen ja also deswegen und wir werden gleich auch wieder einen typischen Move auch noch sehen was auch gang und gäbe ist da kommen wir gleich noch zu da ist es halt auch wieder sehr offensichtlich was da wieder passiert so und die Frage ist jetzt was passiert warum haben wir jetzt schon wieder den Sticks Turm ja weil im Endeffekt ein neuer Held rausgekommen ist eigentlich wären längst mal wieder Magier dran ich wette mit dir bevor der nächste Turm von den Magiern kommt sind da auch wieder neue Helden drin die sind ja nicht doof die haben den Ninja Turm eine Zeit lang nicht gemacht und dann haben sie neue Ninjas rausgemacht und dann war er auf einmal da die bringen ihre eigene Reihenfolge so durcheinander weil sie das halt konkret mit neuen Helden verbinden ist in Ordnung aber vielleicht nicht so nicht so penetrant offensichtlich machen ja also ich meine wenn man wenn man jetzt mitkriegt es kommen neue Ninjas raus oder sowas und dann sagt man jetzt ist aber erst der Magier Turm jetzt muss ich zwei Monate warten da wird keiner dran sterben ja also wir geben ja sowieso genug Geld aus es ist ja nicht so dass wenn jetzt wenn jetzt einen Monat lang keine neuen Helden kommen dass das Spiel Konkurs anmelden muss so ist es ja auch nicht ok machen wir weiter so dann haben wir jetzt hier noch was Allianz Quest Stage Balanced Balance da 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 ja das glaube ich jetzt erst achso für die Musketiere ist das ähm gut da wurden jetzt so ein paar sagen ne juckt mich persönlich jetzt erstmal erstmal eigentlich gar nicht ja also weil ich spiel's ja auf meine Art und Weise ähm die Bosse machen jetzt den Musketier Familienbonus ähm reduce the following enemies special skill damage ok ok der der äh das Special wurde ein bisschen runter geschwächt von bestimmten Gegnern ok die Werte wurden ein bisschen runter gesetzt von äh bei dem bei den von den Gegnern und bei den meisten Stufen ok also hört sich für mich an dass es ein bisschen teilweise einfacher geworden ist und manche Sachen so ein bisschen angepasst worden sind ist ok so worum geht's worum geht's mir jetzt hier wieder das werden wir jetzt sehen der Musketier Familienbonus ähm ist jetzt ein bisschen runter geschraubt worden wie man da sieht vorher war 90 80 70 jetzt 60 50 40 ähm diese ähm Cover also diese Deckung von 6 Züge auf 3 Züge ok gehen wir weiter ok so und jetzt pass mal auf jetzt haben wir wieder das was ich äh was auch gang und gäbe ist tatsächlich es sind neue Helden rausgekommen und die werden jetzt erstmal gebufft so gucken wir uns an Aramis kriegt ein Additional Effekt der äh also Aramis selber kriegt 30% Defensive für 3 Züge und man sieht die die Werte wurden angepasst ja alles in die Höhe geschraubt so bei Athos das ist der Grüne machen jetzt die nebenstehenden ähm Heilungen für 2 Züge um 306 Lebenspunkte Angriff, Defensive, Leben wurden auch verbessert so D'Artagnan ok ok da bin ich ein bisschen überrascht ähm man sieht der direkte Damage von 500 auf 470 aber der Burn Damage von 849 auf 1023 gut naja wird ja ein bisschen höher gemacht ähm hier sieht man es dann auch nochmal besser und natürlich und natürlich zusätzlich noch dass der äh D'Artagnan 459 Lebenspunkte über 3 Züge macht zusätzlich Defensive und Leben erhöht so Queen Anne kriegt zusätzlich noch dass sie als äh das ist ja die die den Spott macht ne zusätzlich regeneriert sie jetzt 800 äh 918 Lebenspunkte über 6 Züge und hat bessere Werte gekriegt warum man 2 Angriffe und 2 Defensive mehr macht keine Ahnung weiß ich nicht ja Portos auch wurde angepasst ähm macht jetzt mehr Schaden von 355 auf 380 und regeneriert auch 918 Lebenspunkte über 6 Züge Queen Anne und Portos dazu die sind beide meine ich langsam Portos weiß ich Anne bin ich mir nicht sicher aber glaube ich auch na dementsprechend äh noch noch mehr Heilung einfach rein und ähm der 4 Sterne macht das halt auch so das kennen wir auch weil das Ding ist neue Helden die werden jetzt erstmal wieder gebufft das äh da kannst du von ausgehen dass ähm die Allianz Quest der Musketiere die nächste sein wird ja also das die die machen das ja jetzt nicht umsonst also die Musketiere werden zeitnah wieder kommen dann haben wir wieder die Möglichkeit auf diese wunderbaren verbesserten Helden ja weil die machen ja jetzt alle wieder mehr also sind sie verbessert worden zu beschwören dann machen wir das und irgendwann heißt es dann wieder okay vielleicht vielleicht nehmen wir die wieder ein bisschen runter also auch da wieder passt auf äh mit dem mit dem beschwören ähm was ja auch immer so eine Sache ist äh das das habe ich dann auch immer mal wieder gelesen ich glaube hier sehen wir das jetzt nicht ähm dann sind dann halt so Sachen wir haben ähm gehofft dass durch den ähm durch den Nerf sich die also so singen gemäß ne äh wir haben gehofft dass sich durch den Nerf die Meta ändert das hat jetzt nicht funktioniert also müssen wir jetzt zum Wohle des Spiels einen krasseren Schritt machen so das ist immer so die die Argumentation wo wobei dann halt ein Held komplett niedergemacht wird das war das damals mit Telluria und so weiter und so fort ne das haben sie ja schon öfters gemacht und dann da denke ich mir dann halt immer ja ihr habt halt äh krasse Helden rausgemacht wundert euch dass alle mit den krassen Helden spielen wollen die euch viel Geld gebracht haben ihr wundert euch dass alle damit spielen und dann am Ende habt ihr genug Geld mit den Helden gemacht macht die wieder schlechter damit wir dann sagen oh ne den Helden können wir aber nicht mehr nehmen jetzt brauchen wir den anderen neuen der da jetzt rausgekommen ist und dann passiert das gleiche wieder das ist ein Kreislauf in dem wir da drin sind der wird sich nicht ändern und ähm es ist halt einfach eine individuelle Sache wie jeder persönlich damit umgeht muss ich jetzt diesen neuen aktuellen Top Helden da haben ich weiß ganz genau je mehr den haben und das ist ja auch so es trifft meistens defensive Helden ne weil sagen wir mal ehrlich Gwinnevir hat die Defensive ganz am Anfang dominiert dann hat Telluria dominiert dann kam Xnolford dann kam jetzt Miriam nur so ein paar Beispiele die wurden alle krass angepriesen jeder hat sie genommen jeder hat die Spieler und die Allianzen haben sich geile Kombinationen einfallen lassen wo die Entwickler wahrscheinlich im Leben nicht drauf gekommen wären oder vielleicht auch doch ja man kann ja immer sagen entweder sind sie total unfähig und bringen die Helden aus ich bin der Meinung aber sie sind extrem schlau sie wissen ganz genau was wir machen weil wir halt so durchschaubar sind das ist nämlich der Punkt ja wir sind genau so durchschaubar die wissen ganz genau wir bringen guten Helden raus die Leute werden den beschwören und dann haben wir das erstmal was wir wollen dann dürfen sie ein paar Monate damit spielen und dann sagen wir ne also Freunde wir wollen euch ja was Gutes wir wollen ja nicht viele Spiele haben sich ja beschwert das sind dann die die nicht mit den Helden dann klarkommen und so ne und nicht ihr ihr Game irgendwie umstellen können oder halt auch sagen wir mal ehrlich auch free to play Leute da kann ich es ja dann noch ein bisschen eventuell verstehen aber manche machen es halt einfach ne das ist mir zu nervig ich verliere in der Regel ich stelle meine Teams nicht um oder hier und da und dort und überleg mir was das ist der Großteil wahrscheinlich und dann kommt halt die Keule und dann geht es in die nächste Runde dann gucken wir mal welcher Helden es als nächstes wird ja und das ist halt so das da kommen wir halt nicht deswegen ihr könnt euch beschweren ja schreibt es ins Forum ein und es wird nichts ändern es interessiert keinen sind wir ganz ehrlich auch egal wer da schreibt also wie gesagt das einzige was man da machen kann ist halt dass die Leute nicht beschwören das wirst du nie im Leben hinkriegen weil die Top Leute werden immer beschwören das ist denen egal es wird sich nichts ändern also entweder findest du dich damit ab oder musst halt das Spiel löschen die beiden Möglichkeiten gibt es ja und ich finde mich damit ab weil ich bin jetzt mittlerweile so schlau dass ich dann schon sage ja okay wenn ich den Helden kriege im Rahmen meines Budgets ist gut wenn nicht okay dann ist er weg Kufu wo ist der Nerf für Kufu sagen wir mal wo ist der Nerf für Jove wo ist der Nerf für Anne die kommen alle noch die kommen alle noch wenn die Helden irgendwann zu häufig in der Defensive vorkommen es trifft immer an Defensivhelden die dann das Spiel prägen da muss also wenn es einen geilen Helden gibt der gut in der Offensive ist aber schlecht in der Defensive wird der höchstwahrscheinlich nicht so zeitnah genervt aber sagt niemals nie okay gucken wir weiter es wurden zwei Helden verbessert Grasul macht jetzt ein bisschen mehr Heilung von 15 auf 22 und der Captain of Diamonds also der Diamanthauptmann von 260 auf 275% Schaden den Rest machen wir jetzt ein bisschen schneller im Durchlauf ne so und dann kommen wir zum Museum und dann machen wir das mal so was hat es mit dem Museum auf sich das Museum ist praktisch eine eine Galerie wo du alle deine Helden einstellen kannst ja und in dem Fall kriegst du halt dafür Belohnungen das heißt du kriegst Belohnungen wenn du neue Helden deiner Sammlung hinzufügst aber das sehen wir halt hier 1 Sterne Helden und Kostüme verleihen 1 Edelstein 2 Helden und Kostüme verleihen 2 Edelsteine bis runter dann 5 Sterne Helden und Kostüme verleihen 10 Edelsteine das heißt wenn das Museum kommt in 17 Tagen dann werden da alle Helden die du in deinem äh in deinem Roster hast werden da rein da rein implementiert und dann kannst du da wahrscheinlich mit einem Knopfdruck entweder für jeden einzelnen Helden die Diamanten einsammeln oder für alle zusammen dass das zusammen errechnet wird ist eine gute Sache animiert natürlich die Leute die die äh das das zu vervollständigen aber ich persönlich finde es ganz gut wenn das übersichtlich ist dass man sehen kann was für Helden fehlen mir wenn du mich jetzt fragst ja ich könnte jetzt sagen ja hier zum Beispiel ähm Lady Locke Finlay ähm da müsste ich jetzt schon so natürlich von jedem Event ja hier ähm Hypnos und so weiter aber wenn das halt wenn das Museum übersichtlich ist dann kann man genau sehen okay der Held fehlt mir noch für die Leute die halt sammeln wollen ja ich rede jetzt nicht äh dass die dann 5 Sterne hinterher jagen sondern mir fehlen zum Beispiel auch das weiß ich jetzt bei Covenant die ähm die lila die lila ne die 4 Sterne ne die würde ich dann da drin sehen und dann könnte ich halt immer gucken okay wir haben das Portal die Helden sind da drin wer fehlt mir denn davon noch wenn ich es nicht durch meinen Roster selber weiß in der Regel weiß ich das welchen ich noch nicht habe aber ähm als ich zum Beispiel hier Bogart gekriegt habe habe ich gesagt den habe ich noch nicht habe kurz überlegt oder habe ich ihn doch dann könnte man dann im Museum nachgucken vielleicht kriegt man dann sogar noch eine Benachrichtigung da ist ein neuer Held drin oder sowas keine Ahnung ist aber jedenfalls eine nette Sache ich denke mal nicht dass das irgendwie ähm schlecht wird so und dann sehen wir aber auch nochmal auf dem ersten Bild auf dem linken wird auf Festungslevel 5 freigeschaltet das heißt die Festung geht weiter ne ist ja glaube ich auf 4 oder also ich glaube die wird dann weitergehen das glaube ich kommt noch dazu aber das erstmal zu dem Museum äh die Sammlung beginnt mit der Eröffnung des Museums Helden und Kostüme die sie möglicherweise irgendwann in der Vergangenheit erhalten und vollständig geebnet haben aber derzeit nicht besitzen werden nicht gezählt also man muss den Helden besitzen ich weiß jetzt nicht ob man den Helden auch leveln muss dass du dann ein Sterne Helden leveln musst um den dann im Museum zu haben kann sein weiß ich nicht hört sich aber fast so an ne weil vollständig geebnet haben heißt für mich vollständig gemacht ich denke mal nicht dass es dann um Embleme und Limit Break geht sondern einfach nur fertig gelevelt also auf 480 zum Beispiel Story Sammlung als Story Segmente aus den Abschnitten von Season 1 bis 5 die sie zuvor abgeschlossen haben können hier erneut angezeigt werden achso die Geschichten wahrscheinlich ne die Geschichten die es dann darum das ist ganz nett ja so und dann haben wir Jahreszeit der Liebe Valentinstag drei Schwierigkeitsstufen Spezialplättchen Liebespfeile und Liebesteine das werden wir dann sehen wenn das soweit ist das ist jetzt nicht so wichtig ähm hier geht es weiter neue Amor Helden ne also Kupido Himeros und Petonus Petonus okay episch Voluptas und selten Zarola also nochmal 5 neue Helden Kupido ist glaube ich der interessanteste von allen auch ein roter also von daher ähm jetzt ist ja also es sind keine Game Changer meine ich dabei von daher muss man da jetzt auch nicht verrückt am Rad drehen so der Liebesbooster gibt zusätzliche Belohnungen für das Abschießen von Phasen der Saison der Liebe verstärkt alle Helden in Phasen der Saison der Liebe seltene ungewöhnliche das ist das was wir ähm bei dem Weihnachtsevent hatten dieser Booster ne wo es dann halt wo dann halt die Helden ein bisschen gebessert worden verbessert worden sind und zusätzliche Belohnungen gab werde ich mir wahrscheinlich auch wieder kaufen weil die zusätzlichen Belohnungen waren echt gut sollte man aber nochmal gucken wenn der kommt jetzt nicht einfach sagen jo Archen hat gesagt der Booster ist gut den kaufe ich guck dir erstmal vorher was es da alles gibt braucht ihr das braucht ihr das nicht ne vor allem wenn ihr wenig Geld ausgebt so kriegt der 3 Reiche ähm neue Kriegsregeln steigende Wut Helden in deinem Angriffsteam halten einen Wertebonus von 5% Angriff und 5% Verteidigung jeder Angriff den du in diesem Krieg auswirst für zusätzlich 5% Angriff und 5% Verteidigung hinzu ok werden wir sehen hervorgehobene Helden hinzugefügten Helden Anterscheinungsrate Anpassung am Beschwörungstor vorgenommen ok was haben wir da alt oh warte mal das kann mal interessant werden alt 63,1 für den seltenen neu 56,8 epischer klassischer halt 20,8 ist geblieben legendärer klassischer halt von 1,5 auf 0,9 ok 0,9 seltener seltener hält von also vom Krieg der 3 Königreiche von 7,9 auf 14,2 epischer von 5,7 auf 5,7 legendärer bleibt bei 1,2 vorgestellter legendärer 1,0 nicht vorgestellter legendärer 0,6 ok wir haben die Chance dass wir mehr seltene Königreich Helden kriegen als seltene Season 1 ist ja schon mal ist ja etwas immerhin so und dann haben wir noch Monster Insel was haben wir denn da minimale Allianzpunktzahl auf 10,000 gesenkt von 120,000 also es können jetzt mehr teilnehmen Schwierigkeitsgrade leicht nochmal schwierig für Hordenkämpfe hinzugefügt ok schwächere Horden erscheinen näher am Lagerplatz stärkere erscheinen weiter entfernt ok Zeitbonus für Horde Kampfwertung hinzugefügt Bonuspunkte basierend darauf wieviel Zeit verbleibt nachdem die Horde besiegt wurde logisch angepasste gesteigerte Gesundheit so Gesundheitsschübe werden auf Monster Island als normale Heilungen erhalten das ist das Problem was sie jetzt gemacht haben die HP von Helden können ihre maximalen HP nicht überschreiten der letzte Punkt der letzte Punkt ist der den der vielen schon sauer aufgestoßen ist weil du kannst ja deine Helden nicht ähm heilen im Lager das heißt wenn sie wenn dein Held 2000 Leben hat und verliert auf dem Kampf bevor er dann wieder im Lager ist 1000 Leben dann hat er 1000 Leben verloren wenn du vorher die Überheilung angekriegt hast und die Überheilung lief 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 und der Held hatte dann ähm weiß ich nicht 3000 Leben ja und äh ist dann mit am Ende mit 2100 rausgegangen oder sowas dann hat er halt kein Leben verloren so an sich und du konntest ihn voll beim nächsten Mal wieder nehmen hast du am Anfang deinen Held mit Überheilung ausgelöst die lief dann schon mal durch das geht jetzt nicht mehr das heißt deine Helden du brauchst im Endeffekt mehr Helden oder bessere Abstimmung in der Allianz wer wohin gehen kann macht's ein bisschen schwieriger ja weiß ich nicht sogar ok und dann habe ich noch äh neue Musketierhelden hinzugefügt naja gut ok also das wo kommt das Bild jetzt noch her weiß ich nicht das ist irgendwie äh dazwischen gerutscht oder ans Ende gerutscht legendär My Lady De Winter episch episch Kätzchen Selten Felthorn und Planchett Selten und Planchett ah gut sagen wir jetzt tatsächlich erstmal gar nichts bin ich ganz ehrlich ich glaube My Lady De Winter boah habe ich die schon mal gesehen ja ich glaube ich habe die schon mal gesehen aber ich bin mir nicht sicher keine Ahnung also kannst du fest davon ausgehen nächste Allianz-Quiz sind Musketiere Musketiere wurden angepasst neue Helden kommen raus ist eigentlich relativ eindeutig ne was da als nächstes kommt ja das war's das war's also viel los sehr viel los und ähm manches okay manches nicht gut jetzt heißt es wieder adaptieren neu überlegen und wieder was rausfinden was die Entwickler womöglich nicht vorhergesehen haben oder was sie genau so geplant haben ähm dann beim nächsten Mal wieder Steine in den Weg zu legen wir werden es sehen es ist äh ein spannendes Konstrukt um zu gucken wer am Ende am längeren Hebel sitzt natürlich wir nicht ja das war eine rhetorische äh Frage aber ja mal gucken mal gucken was wir uns einfallen lassen mit Miriam und Panther bin gespannt Freunde und vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns später im Livestream macht's gut und ciao ciao ab a i we Vielen Dank.